Hallo, heute spielen wir den Cartrader Simulator. Ich stelle gleich mal ein neues Spiel, beliebiges Spiel. Gib den Namen des Salons ein. Wir haben günstige Autos beginnen. So, das lädt ja recht schnell. Welcome in Old York City. So, dann habe ich hier, okay, hier habe ich mein Handy. Gut, ich könnte schon mal Mitarbeiter einstellen, die Arbeitnehmer. Dann, wer ist denn hier so am besten? Der hier. Doisei Castellano. Beschäftige, ja. Dann brauchen wir natürlich auch einen Mechaniker. Drei, vier, dann beschäftigen wir den hier, ja. Dann, Ausrüstung. So, jetzt geben wir den hier. Das ist nicht das, was wir brauchen. Hier. So, jetzt hier. So, jetzt muss man ein bisschen. Ja, ja, ja. Perfekt. Oh, bis 15.000 gehe ich. Ah, perfekt. So, dann das nächste Auto gleich zur Abholung bereit. Dann warten wir einmal, bis der das fertig gemacht hat. Dann holen wir das noch ab. So, einmal zurück in die Werkstatt. Ah, hier ist das so. Internet. Ist das hier? Also, das ist nämlich interessant. Dark Cars. Ah, ja. Hier kann man, ah, okay, okay. Hier kann man dann auf dem Schwartmarkt geklaute Autos verkaufen. Das? Ah, das ist einfach der, das ist der normale Markt einfach. Hier ist das okay, okay. Ich verstehe es. Gibt es hier irgendwas günstiges? Oh, der ist ganz günstig. Den kaufe ich mal. Was gibt es hier noch so? Ja. Wie viel Geld habe ich denn? Habe ich das Geld überhaupt noch? Gut. Dann stelle ich aber auch schon mal einen zweiten Arbeitnehmer ein. So. Perfekt. Dann Ausrüstung. Boah, Junge, ist ja ganz schön teuer. Naja, egal, brauchen wir. So. Der kann dann gleich schon mal die Karre hier abholen. Und dann kann, ups, der kann die Karre hier abholen. Dann reparieren wir schon mal die Karre hier. Für 20 Euro. So. So. Perfekt, hoffentlich kauft er das Auto gleich. Nach der. Wie lange glaube ich noch zu reparieren. Ja, perfekt jetzt. So. Perfekt. Drei Sachen haben wir erfüllt, die er haben will. Hm. Ja. Jetzt zeigen wir einfach mal die Wahrheit. Gut, dann kann er hier schon mal nochmal hier hinfahren. Und der fährt vielleicht zurück. Und der fährt vielleicht zurück. So. 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 Dann gibt's auch Darlehen. Vielleicht nehme ich da mal was. Darlehen. 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 5.000. 10.000 zurück. 30.000. 50.000 zurück. Mach. Von der Mafia. Okay. 60.000 und 100.000 zurück. Oder hier. Familiendarlehen. 3.000 und 3.500. Ich glaube ich nehme das von der Bank. Ja. Alter war das laut. Mhm. So. Wie weit sind die reparierten Ohren? Okay. Ja. Ich hab doch den. Achso. Perfekt ist jetzt repariert worden. Ja. Perfekt ist jetzt repariert worden. Perfekt. Gut, wenigstens 896 Euro Profit gemacht. Immerhin etwas. Mhm. Rufen wir gleich mal den nächsten an. Und reparieren gleich mal das Auto hier. Ich den nehme an. Mhm. Na perfekt, habt ihr noch sogar bekommen. Gut. Gut, perfekt. Wir haben 6 Euro. Wann müssen wir das da denn zahlen? Okay, in 18 Minuten. Das ist aber glaube ich in Ordnung. Okay. Macht er jeden Vorschlag. Ja, das ist. Oh, perfekt, ja. Genau, so sehen wir das rausgetoppt. Gut, dann rufen wir. Ja, mal rein. Mhm. So, wir werden uns kurz den Multitasking machen. Perfekt, kein Geld mehr. Ich will den reparieren. Hello? Der ist perfekt. Gut, jetzt haben wir überhaupt... Ja, ich tapp hier die ganze Zeit raus. Ich hoffe, er ist Cape drücken, wenn ich aus dem Handy gehen will. Jetzt muss ich mal komplett auf den vielleicht einfach so. Mhm. Ja, dann nehmen wir ihn hier. Das ist zwar ein bisschen kaputt, aber egal. Äh, der ist ja schon repariert, aber der sieht doch kaputt aus. Also so. Okay, dann ist es vielleicht ein Bug einfach vom Spieltag. Weil der sieht jetzt nicht so in Ordnung aus, wenn ich ehrlich bin. So, was will er. Ja, okay. Ach der. Da bin ich schon wieder raus. So, wenn wir den jetzt noch verkaufen bekommen, dann... War es das auch erstmal für heute. Ja, ist im guten Zustand. Sehr guter Zustand. Top Zustand. Perfekt. Gut. Dann, das war es mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.